Servus und herzlich willkommen hier bei AMAZ90. Vielen Dank fürs Einschalten. Hier mal wieder ein kleiner Guide von mir zu dem wahrscheinlich wichtigsten und besten Spielzeug in World of Warcraft, wenn man den Meister der Lernen machen will oder generell Struggle hat mit ein paar alten Quests. Denn ihr kennt es, ihr seid vielleicht mit eurem hochstufigen Charakter und denkt euch, boah, ja, Kalimdor, da will ich mal alle Quests machen. Meister der Lernen, ihr kennt es. Ihr habt hier in der Folge ja unter Quests zum Beispiel Kalimdor, der Meister der Lernen Kalimdor. Das heißt, ihr müsst ja alle Quests erledigen, etc. Das kann unter anderem mit dem Main-Charakter ziemlich schwierig werden. Einerseits ist es ziemlich einfach, denn ihr rennt einfach durch, tötet x-Mobs, könnt die Quests abgeben, etc. Aber es kommt immer mal wieder Quests und gerade in den alten Gebieten, in Classic-Gebieten, auch in Burning Crusade-Gebieten oder WUTLK-Gebieten, wo ihr Gegner verwunden müsst, um sie dann einzufangen, einzusperren, zu übernehmen, denen irgendwas zu klauen oder oder oder. Davon gibt es ganz unterschiedliche Variationen an Quests. Und das kann mit eurem Main-Charakter ziemlich schwierig werden, denn sobald euer Charakter ja eine gewisse Stufe über diesem Content hat, aktiviert sich der sogenannte Legacy-Mode. In Instanzen, aber auch in der alten Welt, macht ihr dann unnatürlich viel Schaden. Sprich, wenn ich jetzt mit meinem Magier im Kalimdor unterwegs bin und ich habe da einen Level-5-Mob und ich haue eine Eislanze auf den drauf, dann bleibt tatsächlich nicht mehr viel von ihm übrig. Aber wie macht man das dann, dass der noch überlebt, dass man ihn halt einsperren kann? Dafür hat sich Blizzard was einfallen lassen. Viele sind immer hingegangen, haben sich eine Level-1er-Waffe dann angezogen, sich komplett den Equip ausgezogen und dann versucht, mit einem grauen Schwert darauf zu schlagen. Auch das klappt nicht mehr so gut. Denn, wie gesagt, dieser Legacy-Content multipliziert euren Schaden halt einfach und dadurch habt ihr Probleme, solche Quests abzuschließen. Und ja, könnt da ein bisschen in Struggling geraten. Aber wie gesagt, Blizzard hat sich etwas einfallen lassen und deswegen sind wir hier in Dalaran und zwar im Legion Dalaran, ja. Legion Dalaran. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr da hinkommt, einfach einen netten Magier fragen, der kann euch ein paar toll dahin machen. Oder aber in Orgrimma beziehungsweise Sturmwind sind Portale in den Portalraum nach Asuna. Von Asuna, das ist dann hier. Direkt daneben, ihr kommt hier ungefähr hier raus bei diesem Verteidigungsposten, nein, nicht Verteidigungsposten, da glaube ich irgendwie. Kommt ihr raus und von da könnt ihr hoch nach Dalaran fliegen, beziehungsweise eine Flugroute nutzen, falls ihr in Legion nicht fliegen könnt. Dann könnt ihr eine Flugroute nach Dalaran benutzen. Und dann müssen wir hier in diesem Spielzeug laden. Ja, und zwar die Wunderwerke. Ihr seht sie ja, damit ihr seht, wo ihr hin müsst. Da gehen wir rein und hier haben wir Geppettos Spielzeugladen. Geppetto versteckt sich momentan ein bisschen hinter seinen Spielzeugen, ist ein bisschen buggy. Aber der Herr hat erstens ganz coole Spielzeuge für euch, aber auch etwas ganz wichtiges und zwar das weiche Schaumstoffschwert. Das kriegt ihr für 40 Gold, ist überhaupt nicht schlimm, könnt ihr einfach kaufen. Nachdem ihr es gekauft habt, habt ihr in eurer Spielzeugkiste das weiche Schaumstoffschwert. Ich habe es jetzt mal bei mir raus in die Leiste gezogen und dann gehen wir ganz einfach mal ganz cool nach Ogrema. Und dann zeige ich euch, wie das weiche Schaumstoffschwert funktioniert und was ihr damit machen könnt. Und es ist wirklich, wie gesagt, für so alten Content sehr, sehr, sehr wichtig, dieses Schwert da zu haben, da ihr sonst sehr viele Quests nicht machen könnt und definitiv nicht den Meister der Lehren machen könnt. Und ihr braucht euch dann nicht extra irgendwie einen Twink erstellen und mit dem Twink in Chromie Feature oder sowas gehen, um dann da irgendwie mit einem low-stufigen Charakter diese Quest zu machen. Ihr könnt das Ganze trotzdem mit euren Mains machen. So, jetzt sind wir mal auf der Suche nach einem rechten Lone. Gut, der ist 30. Er skaliert so weit hoch, wie es geht, weil ich halt 60 bin. Trotzdem würde ich Eislanze, zack, tot. Ich kann auch einfach mal Rechtsklick mit der Waffe machen. Wahrscheinlich auch tot, weil 120.000 Schaden, so viel hält das Schweinchen dann nicht aus. Aber wir haben jetzt das weiche Schaumstoffschwert. Das heißt, wir gehen zu dem Mob hin, benutzen das weiche Schaumstoffschwert, da gibt es einen ordentlichen Schwung und der Gegner wird automatisch auf um die 10% gesetzt. Und da ist es ganz egal, wie viel Leben er hat, welches Level er hat. Also im Legacy-Content. Sprich, wenn ihr in Classic seid, wenn ihr in Burning Crusade seid, wenn ihr in WUTRK seid, wenn ihr in Cataclysm seid, in Mists of Pandaria seid, ja, da könnt ihr wunderbar das weiche Schaumstoffschwert benutzen. Das funktioniert auch in Instanzen oder oder oder. Und damit könnt ihr eben jetzt zum Beispiel irgendwie die Fähigkeit benutzen, wenn ihr bei irgendeiner Quest seid, das einzufangen oder oder oder. Genau dafür ist dieses weiche Schaumstoffschwert. Und deswegen ist es für mich eins der wichtigsten und leider viel zu unbekanntesten Spielzeuge, die es gibt. Schweinchen, du bist tot. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr könnt damit jetzt oder falls ihr Probleme hattet oder Struggle hattet, irgendwelche Quests im niedrigstufigen Content abzuschließen. Ich hoffe, damit ist euch jetzt geholfen. Vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben lassen, Abo da lassen. Auf diesem Kanal gibt es immer wieder Videos zu World of Warcraft, zur Lore, Guides, News, etc. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Servus und Ade. Servus und Ade.